Musik 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 Boah! Boah! Ich fühl mich, dass er nicht selbst mitgekämpft Alter Ekelhaftes Viech, ey! Musik 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 Wenn ich sterbe, wer ist der Land? sind wir tag die stadt ist wieder frei die stadt ist wieder Das ist ein Geist. Wenn du das nicht behältst, dann kommst du nach KARAGULIA zurück in die KARAGULIA. Wenn du das nicht so gut bist, dann kannst du dich mit der Sprechung mit der Sprechung. Was ist das? Das war's für heute. Ich habe es nicht verletzt. Es war ein grosser Mann, Gana-Belto. Ja. Hey, wie war die Kala-Gria-No-Srudo? Sie sind das an ... Nein ... ich war mehrartig, als Kind . Ich kann es nicht anders sein ... Und vor allem ... ... Herr ... so ... ... ... ich weiß noch nicht, dass Sie das haben ... ... nur ein Kino-Srudo, 3,000 ... vor allem ... Sie sind ... Das ist gut. Ich habe immer so gesagt. Das ist das, wenn ich auch mit dir geheißen kann. Das ist das, was ich nicht so gesagt? Das ist so, aber... Ich habe mich nicht mehr überrascht, weil ich mich nicht mehr überrascht. Ich wollte mich nicht mehr überraschern. Ich denke, ich glaube, es ist gut. Entstanden. Dann kommen wir. Du bist jetzt schon? Ja, ich bin mir sehr. Das ist nicht so, dass du nicht mehr Dank anst. Ich werde den Nacki-Geran von Kala-Griaen auf den Kala-Griaen zu geben. Das ist doch nicht so, was ich? Ich kann es nicht sagen. Die Flüchtlinge sind in den Nacken. Das ist, dass wir die Geist-An-Küren-Küren-Küren-Küren können? Das war's. Das war's, das war's, das war's. 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 hier kann ich ja mal was machen denn also das sind schon mal fertig ich finde die russung aber schöner und wir nehmen mal die klinge hier auch mal von aus okay na sie ist immer noch besser die anderen haben aber keine neuen aussatz oder so wir machen aber jetzt einmal das rote outfit das würde ich heute unbedingt noch tragen hier hat er auch ein anderes outfit an oh ja lebe das mit lebe das mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt eigentlich hin müssen. Hier können wir auf jeden Fall erst einmal rein. Hallo! Waffen fertigen. Okay, das geht sogar gut. Gebrüll. Auch eigentlich eine schöne Waffe. Vor allem die durchsitzt ein bisschen. Erstmal das, was uns auf was nützt. Und jetzt kann ich mir auch noch was für Glütchen holen. Äh, wenn wir eben oft kaum erschossen von der Arbeit wurden. Macht das Hybrid. Denn bis gleich. Äh... Nur fertigen. So. Machen wir sogar was... was Neues. Ähm... Outfit. Warte mal. Mädel, rosa. Ja, Glütgebrüll. Kaufen kann ich eh grad nichts. So eigentlich... Ich habe Bücher, was ich machen wollte. Gut. Dann können wir hier auch einmal raus. Ah, da unten sind die Sachen, die wir erledigen wollten für die Nebenquests. Ja, stimmt. Das können wir einmal ganz schnell machen, ne? Irgendwann sind die Nebenquests. Ja, hier haben... Äh... Keine Chance, ob ich mache. Auch witzig, wie leicht diese normalen Gegner sind. Dann gibt es halt diese normalen Bosse und dann gibt es halt diese Oberbosse. Und die hauen die erstmal schön in die Fräse. Oh Gott. Verletzt und dreckig. Ach was. Da waren die Viecher. Also, ich spreche ich stehen. Ich kann euch anhören. Schön schön. Schön schön. Schön schön. Schön schön schön. Schön schön schön. Und tschüss. So. Hier sind auch noch welche. Liegen wir. Ebenfalls. Und hier ist nur noch die Berserker. 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 Hier ist nur noch die Berserker. Und hier ist nur noch die Berserker. Und hier ist nur noch die Berserker. Gerne. Und hier ist nur noch die Berserker. 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 Und hier ist auch 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 die Berserker. Und dann mal da hin. Ist das richtige Weg? Ne, nicht ganz. Passt, aber nicht ganz. Okay, aber ich glaube, wenn wir dann hier wegfuhren, müssen wir dann da raus. Okay. So, wie zurück? Und einmal in die Eiswüste. Da hinten sind die Viecher schon. Oh, ich bin wirklich sehr leid. Nein! Ich bin jemanden triff in der Zaka. Die normalen Kämpfe sind aber auch echt angenehm. Wenn ich erstmal so an die alten Taste of Spiele denke. Kein Unterschied, äh, kein Vergleich. Kannst du auch an, wenn man Mystical Arts gibt. Außer das, was wir da ständig sehen. Ich würde mich jetzt mal interessieren. Auch wieder. Bye-bye, Volt. Und die Killer Gurken. Aber vorhin nehmen wir hier die Gruel mit. Oh, na, Entschuldigung. Das ist Kopfsalat. Das ist gut. Oh, nein. Das ist das. Oh, das ist ein Fahm. das müssten wir glaube ich alle haben ja brego hat einmal bericht erstatten sprinth weiter doch nicht doch sprinth was gleich noch mal die tasse für sprinth Also けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ まさか あの炎の壁を登ったのか いくらなんでもそんな真似 ズーグルにだってできやしねえって 潜り込んだんだよ 潜り込んだ そうさ 交流がほとんどないって言っても 自分のところじゃ手に入らないものだってある そういうのを融通し合うための鋭の輸送隊が 年に何回か行き来してたんだ そういえば そんな話を聞いた気がする その時だけ門が開かれるった もちろんダナ人を同行させたりはしない けど 俺はその荷物に潜り込んだのさ 荷物にって それで運ばれたってこと よく見つからなかったね まあ 昔から コソコソするのは得意だったからな それに あの時は捨て鉢になってて 度胸だけは有り余ってたんだ こう言っちゃなんだけど ダナでもレナでも多分 俺が初めてってわけじゃないと思うぜ メネック ガナベルトが カラグリアの噂を素早く手に入れたのも それだったのかな つまり 私たちの動きはこの先 どこに行っても 既に調べていると思った方が良さ どこで言いたい 何億度月日が 流れても あなたとならば 人はそれぞれ正本物が 剥がれる星に踏まれる意味を知る 強く生きるため 弱さを隠して 恐れずに痛みがらえしまる 続いていく物語に 私だけだから 動かないこの願いに 少しだけでいいから